Er hat so viel mehr Lebenserfahrung, es ist wie so. Aber es ist schön, dass er sich danach darauf einlassen. Aber ich wäre zuerst auch so ein bisschen, ja okay, easy jetzt. Welche Ehre! Ich komme immer wieder. Ich kenne dich. Danke. Einen schönen Hund. Hallo, Halsi. Ich bin Halsi Leitenecker. Mein Name ist Tammy Glauser. Und ich bin Dominik Rinderknecht, zusammen mit Haminik. Heute schauen wir mal, ob der Halsi nachhaltig und gesund kann. Und das für einen guten Zweck. Ich mache alles brav für euch. Dann schaue ich an die Champagne, wie ihr es gehört, wenn wir gestern... Nein, heute machen wir keine Champagne. Nein, wir machen heute mal einen Tag ohne tierische Produkte und ohne Alkohol. Für den besonderen Tag. Man hat nie was gelernt, alle mal. Nein, du holen. Andersaft, nein. Du sitzt jetzt sicher nicht da. Nein, du kochst mit uns. Ja, wir kochen. Ich habe zwei linke Hände. Ich habe zwei linke Hände zu kochen. Zwei. So kochen, sonst bin ich da. Ich habe noch alle Finger. Ja, ich habe noch alle. Ja, klass. Wir sind gut. Bist du schon mal am Märk und Posten? Nein, nein, nein. Du musst schauen, wenn du siehst. Du bist schon ein bisschen unknackig. Ich sehe gut aus. Ich bin ein heißer Guy. Mir geführt die Welt. So, Hausig. Kann man es überhaupt essen? So. Ein guter. Ich bin für die Baffe. Bist du Baffe? Ja, mein Baffe. Ich bin für einen guten Zweck. Ich bin gerne. Ich habe etwas gut. Jetzt haben wir gestärkt. Jetzt machen wir einen Sport. Welcher Sport? Welcher Sport? Welcher Sport? Yoga. Nein, nein. Yoga ist für die Möncke und Berge. Nicht für mich. Sie müssen mich immer fordern, aber ich bin ein guter Zweck. Einschnaufen. Und abschnaufen. Der Yogi Hausi. Er war so herzlich. Wirklich. Sohle ist gut. Und wie ist es? Eigentlich bleibt man jetzt noch ein bisschen so. Ja, aber nicht lange. Ja, aber nicht lange. Und jetzt reicht es mich. Ich bin echt mit der Übung. Aber ich habe nur gehockt. Ich habe gedacht, so. Und das war das letzte Mal, wenn ich die Hausi gesehen habe. Wenn die Yogi Matz nehmen. Wenn die Yogi wieder mit. Wenn es genug ist, ist es genug. Ich wünsche euch alles Gute. Servus zusammen. Was hast du los? Habe ich mir anders vorstellen? Ich sollte noch Tschüss sagen. Das Einzige, wo der Hausi dort verzichtet, ist verzichten zum Wohl.